Mein Name ist Martina Bier und ich bin Organisatorin des Hochschultages im Kreis Unna. Der 10. Hochschultag findet am 10. Juli in der Stadthalle Karmstadt und richtet sich an alle Schüler der Klasse 10 bis 13. Beim Hochschultag präsentieren sich 20 Hochschulen und bieten über 50 Workshops an, Kurzvorträge und stellen sich dort vor. Das Angebot der Informationen ist sehr vielfältig, von Medizin, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften bis hin zu Sport und vieles andere mehr könnt ihr dort erleben. Der 10. Juli in der Stadthalle Karmstadt